Hallo, ich bin Patrick Hütte aus Gäder Wiedenbrück, Junglandwirt. Wir sind hier vom LSV im Kreis Gütersloh, auf der Landschaftsverbindung Kreis Gütersloh, um mit den Bürgern über das Bienenschutzprogramm der Bundesregierung zu sprechen. Wir wollen die Leute informieren, inwiefern wir für den Bienenschutz und Insektenschutz arbeiten und wie wir das zusammen verbessern können. Hallo, mein Name ist Sarah Höcker, ich komme aus Gäderwold. Mein Name ist Jörn Schlingkamp, ich komme aus Halle. Wir haben dort einen Nichtwürbetrieb und wir sind heute hier zur Demonstration, um mit Verbrauchern herzukommen und mit ihnen zu diskutieren und Stellung zu nehmen. Genau, wir gehen in die Stadt und möchten dort direkt mit dem Verbraucher in Dialog kommen und sie persönlich ansprechen.